hallo und herzlich willkommen so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen update zu forrest wir sehen auch wunderbar hier public alpha version 41 wir gehen noch mal alles hier durch es wurde hier zum beispiel hier was dran getan es gibt es warte wird das glaube ich neu oder warte mal es ist auch so ja auf jeden fall gab es da irgendwelche performant updates wir sehen es auch gerade so sind also single player ich nehme jetzt einfach mal welchen speicherstand nehme ich denn jetzt das ist mal so schwierig hinter sechs das glaube ich wer hier wo weiß was wir nehmen von mal den speicherstand habe ich doch gerade im bett das team update lesen dachte ich stehe ich mal wieder auf und mache ich mal ein update video so performance overcast cost von animais baum und logic okay ach du scheiße die mutanten und wisst ihr was ich habe die idee so damit hallo und herzlich willkommen für den new update von forrest version 0.41 so wir schlafen jetzt mal ein bisschen sit ich möchte euch was demonstrieren achte mal so so wir gehen jetzt erstmal hier irgendwas mit performance soll neu gewesen sein und mit den mutanten die jetzt das jetzt auch alle mutanten sind jetzt explosions geschlacht mich tot so wie ich das mitgekriegt habe gerade gerade ja so ich weiß nicht jetzt wenn ich mich jetzt hier irgendwo hinstelle weil ich habe jetzt ist das ja so eingestellt wir werden gleich gut mit muschi klaus und galoppleins zu tun haben es ist mir eine ehre galoppleins in den arsch zu treten you asshole ja das ich gehe jetzt mal hier hoch weil ich habe jetzt leider keine warte mal so jetzt gehe ich erstmal nochmal in hier durch das buch sieht alles nochmal normal aus ist das jetzt farblich untermalt ist das neu das kenne ich schon ich glaube das habe ich noch nicht gebaut aber ich kenne das schon das ist auch nice geil das ist neu wir können einen dock bauen das mache ich nice nice das ist ja cool Leute wir können einen das ist ja geil das muss ich erstmal machen oh 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 diese diese physik so wir werden erstmal versuchen einen steg zu bauen ich hoffe das video geht so mega lang weil ich habe ne muss nicht lang äh da ich hoffe ich hoffe es ist richtig jetzt habe ich mich erlauben ich muss auf der anderen Seite ich habe nicht mehr weiter nicht länger als zwei minuten wie gesagt ich habe erstmal diese beim baut ist mal dieses neues diesen steg das kenne ich noch gar nicht boah ich habe so angst also ich sage euch jetzt schon äh das wird eine schlachterei weil ich weiß dass galoppel und muschi klaus zusammenarbeiten ist die grafik irgendwie besser geworden krass krass so ich gehe jetzt erstmal dahin hin jetzt habe ich auf sie jetzt zu hecheln dann ist ja furchtbar so wir haben ja die grafik wir haben ja ganz viel holz wo baue ich das ding denn hin wo soll ich das ding denn hin bauen wollen wir das irgendwo hier da hin bauen ähm scheiße doch hier können wir es bauen oder oder ah ah geil nice gut ich teste es einfach mal ich baue es meinem schnell hin ich glaube das ist das highlight des updates kann das sein das habe ich noch nie gesehen das ist ja cool ich hoffe muschi klaus kommt uns nicht entgegen sonst haben wir die arsch gerade wir können froh sein dass wir hier so viel holz liegen haben dann baue ich das von meinem schnell auf und dann werde ich das hochladen weil ich kenne das noch gar nicht diese so mit dem steg joa das ist ja cool das kenne ich noch gar nicht ähm hä boah alter hä ist jetzt doof ist die doch nicht hingebaut oder nicht da ähm was hey hey man achso ja gut scheiße komm Komm. Scheiße, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Oh nein. Also wie gesagt, so sieht das dann aus, wenn wir hier was sind. Scheiße, ich komme hier nicht mehr hoch. Nein. Hallo? Ich komme hier nicht mehr hoch. Das ist ja blöd. Oh Mann. Komm hier. Oh. Was? Wie tief geht das denn hier runter? What the fuck? Ähm. Okay. Scheiße. Ich glaube, ich muss die Aufnahme hier abbrechen. Scheiße. Physikalisch unmöglich. Also so ein Steg hier hinzubauen. Nie gesehen. Ja, wie gesagt. Ich wollte das eigentlich hinbauen. Aber jetzt habe ich wieder was, wo ich dann wieder Fotten machen kann. Fällt mir gerade ein. Sehr cool. Das ist pretty cool. Nice. Aber ich kann ja bestimmt da hinten hoch, oder? Ich kann ja auch nicht hoch. Ich kann ja auch nicht hoch. Ich kann ja nicht hoch. Okay. Wenn jetzt ein Hai kommt, dann habe ich verloren. Scheiße. Das ist ja richtig blöd. Das ist ja richtig blöd. Scheiße. Alter, was? Bin ich das gefixt? Kann ich mir die... Alter, nee, ne? Ich gucke die extra noch. Ich gucke die extra noch ganz dahin hinschwimmen. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Scheiße. Ich hätte das Ding auch hier hinbauen können. Doof von mir. Ja, wie gesagt. Bauen wir das Büchlein. Das Dock ist hier neu. Das ist cool. Boot. Also das heißt, wir können die Boote dann da anlegen, glaube ich, oder? Glaube ich jetzt mal zumindestens, dass es geht. Oh, la, 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 la. Das ist ja cool. Im Steg. Das finde ich geil. Das haben wir jetzt ja gebaut. Cool. Jetzt haben wir, glaube ich, eine Sache vom Update, glaube ich, gezeigt. Ich hoffe mal, dass die Leute reichen. Ja, wie gesagt, man sieht da hinten, dass ich versucht habe zu bauen. Und ich komme, man kommt da einfach nicht mehr hoch. Jetzt muss ich irgendwie von unten da noch hinschwimmen. Ey, das ist doch so kacke. Das ist so umständlich. Nächsten Steg baue ich hier hin. Das war ganz im Ersten. Die nächste Dock ist Foundation hier. Oh Mann. Ohne Witz. Also, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Könnt ihr da... Äh, you can see the full Dock. Here, you. You can see this. Da, äh, da. Oh Mann. Naja. Äh, ich hoffe, dass das Video, kurz Video hat euch jetzt gerade gefallen. Es ist jetzt gerade nicht so mega krass, aber immerhin. Huch. Haben wir diesen schönen Dock. Das haben wir versucht zu bauen. Das ist ja, ich hab so scheiße gebaut. Machen wir nochmal ein richtigen, ausführliches Video. Also, ich bin in der nächsten Staffel. Ich muss mal wieder Forest-Folgen produzieren. Fällt mir gerade ein. Und da werden wir das Ding erstmal ordentlich testen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielleicht lasst doch mal ein Abo da. Oder wenn euch das gefällt, mach ich das öfters. Oder nur noch so Videos. Also, haut rein. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020